Wo ist dieser verdammte Bastard, der sich hier in die Wohnung eingeschlichen hat? Okay, bist du bereit? Lass uns gehen. Okay. Das Badezimmer. Huh? Der Badezimmer ist leer. Das Ding wurde vor ein paar Minuten veröffentlicht. Hä? Oh oh. Was ist das? Oh mein Gott! Shit! Verdammt, lass mich los! Shit! Killian! Wow, holy shit, was war das? Wer war das? Du bist glücklich, ich war hier, um zu retten zu retten. Wer bist du? Ich? RANDOM Haji. Bounty hunter. Bounty hunter? Bounty hunter? Ja, Gillian, ein Bounty hunter. Bounty hunter. Wie die Junker ist so gefährlich, ihre Zahlen fallen drammatisch über die letzten paar Jahre. Wie das ist, die Regierung hat entschieden, um zu retten zu retten, um zu retten zu retten, um zu retten zu retten, um zu retten zu retten. Natürlich, diese Bounty hunter müssen mit den Autoritäten registrieren. Du sagst, dein Name ist random, oder? Und was hast du getan? Du folgst mich hier? Ja, du hast es. Investitionen sind nicht mein Style. Du siehst, du siehst, ich kann sie rauskommen. Du hast die legale Obligation, um deinen Bounty hunter registrieren. Wir machen die Arbeit und er streicht da nur den Hauptgewinn ein. BH 75001, RANDOM Haji. Das ist R-A-N-D-O-M-H-A-J-I-L-E. Das ist R-A-N-D-O-M-H-A-J-I-L-E. Das ist festgestellt. Ich habe dich als ein Bounty hunter legales. Wow. Killian, die Anzeigen sagen, dass er drei Snatchers bereits dieses Monat hat. Fertig, Freddy, das macht vier. Vier? Ich habe das viel länger als du hast. Just relax, Rookie. Also, Junker Boy, ich gebe dir ein bisschen Tipp. Du wirst schon wissen, aber die Weakpoint der Snatchers ist ihre Artificial Skin. Wenn sie raus in der Sonne zu lange, dann bekommen sie Kanser. Das ist das Grund, dass sie ein Hospital für diese kleine Problem haben. Du findest ihn. Du kannst ihn rausnehmen, Brüte und alles. Wo hast du all deine Informationen bekommen? Warte mal. Du hast es von Gibson, nicht wahr? Das ist nicht wirklich wichtig. Aber jetzt, dass Gibson aus der Bildung ist, ich brauche dich zu arbeiten. Was ist er? Ich schraue ihn und du Junker ihn. Ist das die Idee? Insofern, es scheint, Gibson gefunden hat diesen Hospital. Er muss ihn hinterlassen ein paar Informationen über ihn. Was bedeutet das, Siems? Du wirst nichts über ihn? Hey! Investitionen sind dein Job, richtig? Ich bekomme dir einen, random. Ja, ich werde es dir später rausnehmen. See ya! Junker-Boy! Junker-Boy. Junker-Boy. Ein Snatcher-Kontroll-Hospital, eh? Ja, wir müssen uns auf die Suche nach einem Krankenhaus machen, das von Snatcher kontrolliert wird. Und ja, damit endet die erste Staffel unserer schönen Serie mit diesem packenden Finale. Aber es geht natürlich gleich weiter, wir machen kein halbes Jahr Pause oder so mit. Akt Nummer 2. Heilung. Cure. Und für alle, die jetzt erst einschalten, es gibt jetzt noch mal einen kleinen Rückblick, was in der ersten Staffel passiert ist. Äh, ja. Okay, wir versuchen, alles auszuprobieren. Metal Gear, würdest du dir helfen? Nicht überhaupt. Jetzt projekte拍dete Video-Image. ZE-Kidssagt. Gibson sagt in, und gleich nach der gabinete Farbe in der M-District. Aber wenn du hier bist, gibson hat bereits gebetet von jemandem oder einer beuriaundeig in der Fabrik. Von Haaren-Skin Samples, je nach seiner Körper wurde, du gewollt, dass die Perpetrierte waren 2 Snatchers, einen jäuers-und und einen däuren. In addition, vom Floppy-Disk containing notes aus der Gimson-Melle, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017